Das hat die Spurensicherung endlich freigegeben. Was ist das? Persönliche Sachen, die in Skyfall gefunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das Sie niemandem sagen können. Weil Sie niemandem trauen. Ich wusste immer, der Tod hat ein vertrautes Gesicht. Aber nicht das Ihre. Ich war neulich in einem Meeting, wo Ihr Name erwähnt wurde. Wie schmeichelhaft, dass man in London noch von mir spricht. Das war nicht der MI6. Sie sind nur ein Spielzeug in einem Hurrikan, Mr. Bond. Willkommen, James. Es ist lange her. Endlich. Wir begegnen uns wieder. Wir machen das! Untertitelung des ZDF, 2020